So, Freunde, willkommen zurück zu Memoria. Beim letzten Mal haben wir hier die Kette durch das Tor geschoben und haben überhaupt dieses Loch geöffnet, besser gesagt. Tja, und jetzt ist die Frage, wie wir das ganze Ding weiter in den Raum kriegen hinten? Hm. Bin ich echt einfach ein bisschen überfordert, was das angeht. Könnten wir die Kugel nochmal rausziehen? Sieht nämlich eher nicht so aus. Weil dann lege ich sie einfach auf den Silberteller und dann schieben wir das Ding einfach runter. Irgendwie können wir gar nichts damit machen, habe ich das Gefühl. Hm. Einmal hat gereicht. Na gut, schade. Lieber nicht. Oh. Erinnerst du dich ins... Moment, nein. Der Weg der Willkür ist nicht... Ach, Manu. Metallkugel, Metallkugel. Können wir den Krieger nicht damit wecken, weil er sowas von magisch ist? Meh. Ich bin zu weit weg. Hä? Wofür? Nein. Doch. Mach das jetzt. Haben wir hier noch was? Ach, wir haben ja auch noch den Rubin. Ja, okay, der würde uns jetzt aber nicht unbedingt helfen, schätze ich. Ach, hier ist noch der Arm, ich Idiot. Ich dachte, das wären einfach nur ein paar Steine. Dem Arm fehlt es an Halt, um kräftig zuzuschlagen. Bis ich nicht weiß, was die Maske... Bis ich nicht weiß, was die Maske... Okay, okay. Festkleben. Das lässt sich nicht schneiden. Das lässt sich nicht schneiden, sondern festkleben. Wollt ihr ihn wecken? So richtet mein Zauber auf. Ich will ihn ja gar nicht wecken. Ah, ist das kompliziert, ey. Mir fehlt die Vision. Nein, das ist es nicht. Besser nicht. Es fehlt ihm am Halt. Müssen wir jetzt vielleicht irgendwie den anderen Riesen gegen den Felsen treten lassen oder so? Ist etwas abwegig, aber warum nicht? Man kann es ja mal ausprobieren. Äh... Da ist Abu. Wecke ihn. Was soll er tun, Herren? Hau nochmal gegen die Felswand. Die Wand ist zu dick. Pssst. Ganz ruhig. Wir hauen einfach ein paar Mal auf den Boden an. Vielleicht rutscht das Leben wieder zurück. Da kommt auch er nicht heran. Da kommt auch er nicht heran. Gut, ich glaube, das war's, was wir mit dem machen können. Vielleicht hat es ja was gebracht, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Äh... Ein weiteres Lass. Es ist zu eng. Aktivieren. Es geht nur bei Magi. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß. Ich bin gerade mal wieder ziemlich verzweifelt und so. Das wäre grau. Besser nicht. Tö, 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 tö. Das lässt. Lieber nicht. Tja. Puh. Wie erwartet, es hat absolut ja nichts gebracht. Sind Sie nicht süß mit Ihren großen Augen? Kann er die auch aktivieren? Wecke die Säulen. Und was sollen Sie dann eurer Meinung nach tun? Euch zuzwinkern? Das würde mich sehr eifersüchtig und besitzergreifend machen. Ich habe es mir anders überlegt. Lass Sie schlafen. Es war... Er hätte die echt geweckt schon? Cool. Aber kann ich die... Kann er vielleicht die Säulen umwerfen? Krieger. Ihr wollt ihn wirklich zerquetschen, Hoheit? Nein, das hätte er nicht verdient. Ach, komm. Das sind nicht die Säulen, wo du gegen gehauen hast. Die Säulen. Da kommt auch er nicht heran. Tja. Da kommt auch... Grabeingang. Rufe den Wächter zur Tür. Er soll sie einreißen. Seht ihr nicht? Er hat keine Beine. Aber gebt ihm etwas in die Hand. Und er wird daran ziehen. Ich sehe noch irgendwas, woran er ziehen kann. Da kommt auch... Boden. Zur Halle. Geh zur Halle. Lieber nicht. Arm. Metallkugeln. Was ist das? Ach, das Loch direkt. Okay. Käfer. Da kommt auch... Äh. Da kommt auch... Das Loch. Ein weiteres Loch. Es ist zu... Nein, mir fehlt die Vision. Oh. Ich darf mal... Ich weiß, ich probiere jetzt gerade schon wieder dämlich rum, aber mir fällt einfach wieder nichts an. Nein, nein. Ja, ist gut. Ich wollte nur einmal klicken. Ich weiß nicht. Mir fehlt die... Es ist... Uff. Dem Arm fehlt der Halt. Aber wie sollen wir den Halt denn verbessern? Hier war ja sonst nichts mehr. Mehr Beine werde ich nicht finden. Wenn ich ihn entferne, schließt sich der Riegel. Und mein Arm wird abgehackt wie bei einem Dieb. Hm. Das führt doch zu... Hätte ja klappen können. Verband. Alkohol für den Käfer, damit er das Entfernen nicht bemerkt. Mehr kleben kann... Ach, warte mal. Könnte er nicht direkt... Er hält sich fest. Und nun? Hm. Ach, so. Dass ich auch immer so ewig brauche, das ist gerade echt Wahnsinn. So, jetzt du. Und zieh! Befehle dem Wächter, die Tür einzureißen. Stärker. Er soll stärker ziehen. Er kann nicht. Die Tür ist zu mächtig für ihn. Wenn er es nicht kann, dann ein anderer. Ah, ich hab schon so eine Art... Das wäre ein Rücksicht. Eine Idee. Hä? Ich bin zu weit weg. Hä? Achso. Entschuldigung. So. Und... Kugel. Und... Nicht gegen die Säulen. Weg damit. Ach, Prinzessin. Das führt doch zu nichts. Ich hatte Äonen Zeit, diese Mauern einzureißen. Und es ist mir nicht geglückt. Warum sollte ein Mädchen in kürzerer Zeit so viel mehr erreichen, als ich im Jahrtausend bin? Vielleicht kann der große Typ da aber was machen, ne? Das Abbild des Magier-Moguls, der vor tausenden von Jahren hier herrschte. Und nun hier begraben liegt. Schon lustig, aber vorher konnte man hier überhaupt nichts machen. Lebe! Der Koloss ist auch ein Wächter, richtig? Wecke ihn! Charizat, seid ihr... Seid ihr da wirklich sicher? Ich sagte, wecke ihn! Wie ihr wünscht. Äh, ist das eine schlechte Idee, oder...? Reiß die Mauern ein. Sogar er ist zu schwach? Nein, er hat nur keine Arme. Ohne einen treuen Diener kann sich schon mancher Herrscher nicht einmal an der Nase kratzen. Ach, cool. Bruchstelle. Hä? Ach, verdammt, ich wollte die angucken. Um das Rückgrat des obersten Wächters zu brechen, hat der Magier den Ohrschmuck des Moguls zu Fall gebracht. Doch für Harun kam jede Hilfe zu spät. Ah, das ist der Felsen, der auf dem anderen drauf liegt, hm? Das Abbild des Magier-Moguls, der... Achso, kennen wir schon. Ruin. Wer hat diese Hallen erbaut? Eine Armee versklavter Zwerge, getrieben durch ein Heer mit tallernder Käfer. Wie ein gigantischer Wurm fraßen sie sich in die Erde, formten den Stein, brachen das Rückgrat der Welt. Und du hast sie befehligt? Nein, ich hab sie mir gerade ausgedacht. Der Typ ist lustig. Ich kann sie von hier nicht sehen, aber ich weiß, dass sie da ist. Sie lauert gegenüber vom Eingang. Er war schon so, als wir herkamen. Wer weiß, ob wir sonst gewonnen hätten. Ich nehme mal an, man sollte eigentlich erst überlegen, wie man mit dem hier weiterkommt. Er wache. Aber ich denke mal, der hat nicht so große... Ups, Entschuldigung. Der hat sowieso keine große Chance. Seht es endlich ein, die Wächter sind... Ja, wissen wir schon. Ab in den Abgrund. Ich bin zu weit weg. Ich bin zu weit weg. Werf's zurück. Nein, okay, das müssen wir jetzt echt nicht noch machen. Der arme Wächter, der wird jetzt voll erwischt werden, wenn der Typ zupackt. So, das war eben alles nur rumgeplänkelt. Wir wissen ja schon, was wir machen müssen, nicht? Pack ihn! Nimm den Wächter und zieh! Was war das? Ich habe mit meinem puren Willen eine Tür aufgerissen. Und einen magischen Stab. Du hast gelacht wie eine junge Frau. Hey! Oh, oh. Du? Du lebst noch? Ich habe gewartet. Du hättest mir ruhig helfen können. Du hast die Maske. Wo ist mein Geld? Oh, oh. Unser Auftraggeber ist tot. Du bekommst dein Geld. Wenn du mich hier raus und durch die Berge nach Draconia bringst. Halt! Warte! Ich werde dich bezahlen. Du? Du vergisst. Ich bin eine Prinzessin. Was hast du? Eine Silberschale. Du bekommst zum Lohn diese Silberschale. Silber ist nicht genug. Als Tochter des Kalifens besitze ich Reichtümer jenseits deiner Vorstellungskraft. Der Kalif ist tot. Der Palast geplündert. Ich war dabei. Den Rubin will sie aber nicht hergeben. Ich drücke auf Ende. Okay, geht nicht. Wenn du mich sicher ans Ziel bringst, erhältst du meinen kostbarsten Besitz. Meinen Allmann Dean. Er ist mehr wert als alles, was du jemals in den Händen halten wirst. Wieso? Den wird er in den Händen halten? Gut. Oh, Entschuldigung. Er wird euch kein guter Diener sein. Hä? Bei ihm weiß ich wenigstens, woran ich bin. Im Ernst? Wieso? Pfeift sie nicht auf ihn? Sie hat einen supergeilen Stab. Darf ich euch noch etwas fragen? Denn ich verstehe euch nicht. Warum tut ihr all das? Ihr seid reich, schön. Ihr habt Macht. Was wollt ihr noch erreichen? Ich will in den Krieg ziehen. Ich brauche eine Waffe. Aber warum? Um die Schlacht zu gewinnen. Um auf ewig in die Geschichte einzugehen. Noch in tausend Jahren sollen die Menschen sich von meinen Taten erzählen. Und voller Ehrfurcht meinen Namen flüstern. Sadja Al-Kibir. Die größte Heldin, die die Welt je gesehen hat. Tja. Ich nehme an, das war jetzt so das Ende. Und als nächstes werden wir wieder Geron spielen. Reine Vermutung. Oh. Sadja Al-Kibir? Nie gehört. Du nicht und auch sonst niemand. Das arme Mädchen ist vollkommen in Vergessenheit geraten. Wie geht die Geschichte weiter? Mithilfe des Fakina brachte Sadja die Maske über den Rashtulswahl nach Draconia. Sie schloss sich den dortigen Truppen an und zog in die Schlacht. Aber das sind alles unwichtige Details. Damit musst du dich nicht beschäftigen. Wichtig ist nur eines. Das Rätsel, das ich dir nun stellen werde. Die Inschrift auf der Grabkammer. Äh. Okay. Wie kann die restliche Geschichte nicht wichtig sein? Nun, sie ist wichtig. Aber nicht für dich. Vertrau mir. In diesem einen Fall ist Unwissenheit wahrlich ein Segen. Äh. Wie kann die Rest... Nun, sie ist vertrau... Das klingt ja echt vielversprechend. Sei froh, dass du es nicht weißt. Oh, Nubis Halsband, das heißt jetzt... Äh, Halskette, nicht Halsband. Halsband klingt immer so wie nach Haustier und so. Süß von ihm, das hat ja noch Dreck, ne? Also, ist der Traum wirklich passiert? Wenn sich niemand an sie erinnert, woher weißt du, dass es diese Frau wirklich gab? Ich habe es selbst überprüft. Malakas Grabkammer gab es wirklich. Und vor über 450 Jahren wurde eine junge Frau beobachtet, die zusammen mit einem Ferkiner aus eben jenem Stollen stieg und in Richtung Rashtuzwal aufbrach. Ich schwöre dir im Namen meines Vaters und all meiner Vorfahren. Satjas Geschichte ist eine wahre Geschichte. Man kann rausfinden, ob vor 450 Jahren jemand beobachtet hat, wie eine junge Frau aus irgendeinem Stollen rausgekommen ist. Sehr wahrscheinlich. Mhm. Ist der Traum wirklich passiert? Hatten wir das eben? Oder... Okay. Ich habe Malak und vor ich schwöre. Das Rätsel. Habe ich euch richtig verstanden? Die leuchtende Inschrift auf der Grabkammer ist das Rätsel? Ganz genau. Eine uralte Inschrift in Ur-Tulamidia verfasst. Als gemeldete tulamidische Prinzessin war Satja die einzige, die sie lesen konnte. Ich habe aus meiner Erinnerung eine Abschrift verfasst. Ein alter Freund hat sie mir übersetzt. Sie lautet, so wie der Stein über den Skarabeus, so herrscht der Skarabeus über den Stein. Wisst ihr die Antwort? So tretet ein. Wisst ihr sie nicht? Sei euer Leben auf ewig mein. Unheimlich. Ich glaube, Satja kannte die Antwort. Sonst hätte sie die Kammer nie betreten. Aber warum hat sie sie den anderen verschwiegen? Hat sie damit nicht alle in ihren Untergang geschickt? Ich sehe, du hast gut aufgepasst. Ich gebe dir nun drei Tage, das Rätsel zu lösen. Am vierten Tage werden wir weiterziehen. Ob du die Antwort nun kennst oder nicht. Und wenn ich es bis dahin löse? Erhältst du, was du von mir verlangst. Einen Zauber der mächtigsten Transformatio. Einen Spruch, der jegliches Lebewesen in jedwede beliebige Form verwandelt. Boah, cool. Abgemacht. Du gefällst mir, Geron. Ich bin mir sicher. Unser Geschäft wird für uns beide gut ausgehen. Glaubt mir, das hoffe ich auch. Das heißt, wir könnten den dämlichen Lemuren von dem Affen... Komischer Kauz. Nuri, ich bin zurück. Ich glaube, ich habe jemanden gefunden, der dir helfen kann. Guck mal, wer da unten sitzt. Nuri? Ich bin hier. Ach, die kann sogar reden. Was ist mit dir? Eine Wunde ist aufgegangen. Mein Flügel blutet wieder. Oh nein, hast du wieder mit Tieren gespielt? Du bist jetzt ein Rabe. Du kannst das nicht mehr. Ich habe nicht gespielt. Sie ist einfach wieder aufgegangen. Es sieht nicht schlimm aus. Bleibe ruhig liegen. Ich mache dir eine Salbe. Ach ja. Wer erkennt es? Gewinnlingshaus. Oh, ein alter Magierhut. Ist ja lustig. Wie ist das denn hier verloren? Vorhang? Achso, alchemitisch. Hier ist auch der alte Käfig. Mensch. Was hier alles nicht rumsteht. Na gut. Aber ich denke, ich mache jetzt hier eine Aufnahmepause. Diese Federn kommen ja auch mir bekannt vor. Aber ich glaube, nee. Oder? Irgendwie schon. Aber ich weiß nicht genau, woher. Wahrscheinlich erinnere ich mich nur den Bart von diesem komischen Zwerg, den wir dann in den Bergen getroffen hatten. Das ist der Ring des Hexers, äh, des Seers. Das hier ist der Seer. Also, nein, ist natürlich nurig. Aber das war früher mal der Seer, dieser Rabe, der irgendwie jetzt größer ist als früher. Ein Rezept für die Salbe wahrscheinlich. Rein zufällig liegt die da schon. Joa, gut. Dann würde ich sagen. Wir verschwinden und überlassen sie ihrem Schicksal. Wirselkraut. Na schön. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Gierons Eltern, Hafe. Stimmt, das Hafenbild hinde hier irgendwie mal. Tja. Dafür, dass wir der Held von Andergaast leben, leben wir immer noch ziemlich bescheiden. Na schön. Dann, ich hoffe, der Einstieg hier in die Geschichte hat euch gefallen. Wenn ja, sehr schön. Wenn nicht, sagt mir warum nicht. Und gut, das wär's alles. Das wär alles. Und wir haben immer noch nur den ganzen Kram hier. Gut. Dann, tschüss. Ne? Schönen Abend noch. Schönen Abend noch. Schönen Abend noch. Vielen Dank.